Guten Tag, geehrte Zuschauer. Heute werden wir uns die Bedeutung des Wortes Liebe anschauen. Es heißt ja immer, die Liebe wird die Welt verändern. Wir brauchen mehr Liebe. Unsere Welt besteht aus Liebe. Und so weiter. Insbesondere in der New Age und Hippie-Esoterik-Szene wird ständig mit dem Begriff Liebe um sich geworfen. Aber was ist Liebe überhaupt? Die meisten Menschen wissen nicht, was Liebe ist. Und es ist auch keine Schande, denn das hat diesen Menschen niemand beigebracht. Wir bekommen in unserer heutigen Gesellschaft, in den Indoktrinierungseinrichtungen genannt, Kindergarten, Schule, Universität, alles mögliche beigebracht. Nur nicht das Wissen, was wir für unser Leben wirklich brauchen. Und eines der wichtigsten Dinge in unserem Leben ist tatsächlich die Liebe. Liebe, denn es ist die Grundlage, auf der wir unser Leben aufbauen sollten. Aber was, wenn diese Grundlage falsch ist? Was, wenn wir das Wort Liebe völlig falsch verstehen? Nun, in unserem Fall hat das zur Folge, dass wir unser Leben falsch aufbauen. Schauen wir uns mal an, was steht über das Wort Liebe in einem heutzutage bekannten Lexikon Wikipedia, einem Propagandaschmierblatt des auserwählten Volkes. Liebe ist eine Bezeichnung für stärkste Zuneigung und Wertschätzung. Und dann kommt noch jede Menge weiteren schwachsinnigen, nichtssagenden Text. Wer es möchte, kann sich alles auf der Wikipedia-Seite durchlesen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was Liebe in Wirklichkeit bedeutet. Ich bin mir sicher, dass viele von Ihnen, geehrte Zuschauer, wissen, dass in der Sprache die Bedeutung vieler Wörter in Form von Bildnissen kodiert ist. Nun ist es aber so, dass die meisten westeuropäischen Sprachen im Laufe der letzten Jahrhunderte sehr stark entstellt und verfälscht worden sind. Insbesondere seit die abrahamitische judeokristliche Pest sich in Westeuropa breitgemacht hat. In der russischen Sprache sind aber noch sehr viele Bildnisse erhalten geblieben. So auch das Bildnis, welches hinter dem Wort Liebe steht. Auf Russisch heißt Liebe Любовь. Es besteht aus drei Silben. Der Silbe Liu, das steht für das Wort Lüdi, was auf Deutsch übersetzt Menschen bedeutet. Der Silbe Bo, das steht für Bagov, was auf Deutsch übersetzt Götter bedeutet. Und der Silbe Vi, das steht für Wederjusche, was auf Deutsch übersetzt Wissende bedeutet. Alle drei Wörter zusammen heißen wortgemäß übersetzt, also Menschen, Götter, Wissende. Und sinngemäß übersetzt heißt es so viel wie Menschen, die den Willen der Götter wissen oder kennen. Was ist der Wille der Götter? Das sind die Naturgesetze, auf denen unsere Welt aufgebaut ist. Das sind aber auch die vorgeschriebenen Verpflichtungen, die ein Mensch in seinem Leben erfüllen muss. Verpflichtungen eines Mannes seiner Ehefrau gegenüber. Verpflichtungen einer Frau ihrem Ehemann gegenüber. Verpflichtungen seinen Eltern, seinen Kindern, seinem Familienstamm, seinem Volk, seiner Heimat gegenüber. Und natürlich Verpflichtungen an Gott, an den Schöpfer dieser Welt. Was ist die Verpflichtung an Gott? Das ist die Verpflichtung zu evolutionieren, sich zu entwickeln. Liebe bedeutet also, die Gesetze, auf denen diese Welt aufgebaut ist, zu achten und seine vorgeschriebenen Verpflichtungen zu erfüllen. Liebe ist also keine Sentimentalität, keine Anhaftung, keine Pseudoromantik. Nein, bei weitem nicht. Liebe ist in erster Linie die Erfüllung seiner Verpflichtungen. Und wenn die Verpflichtung eines Mannes darin besteht, seine Familie, sein Volk und seine Heimat zu verteidigen und die Feinde physisch zu vernichten, dann ist das ebenfalls Liebe. Das, was heute in der Hippie-Esoterik-Szene und in der New-Age-Szene als Liebe verkündet und gepredigt wird, ist überhaupt keine Liebe. Es ist einfach nur Feigheit. Feigheit vor dem Leben und Feigheit vor dem Konflikt. Aber wahre Liebe ist keine Feigheit. Wahre Liebe ist die Achtung göttlicher Naturgesetze, auf denen unsere Welt aufgebaut ist, und die Erfüllung seiner Verpflichtungen. Machen Sie mal ein kleines wissenschaftliches Experiment. Fragen Sie Ihre Verwandten, Bekannten oder Freunde, was ist Liebe? Und Sie werden alle möglichen Antworten bekommen. Die meisten dieser Antworten werden absolut ohne jegliche Konkretheit sein. Und dann stellt sich automatisch die Frage, wie können wir Menschen in unserem Leben wahre Liebe praktizieren, wenn wir nicht wissen, was es ist. Genau deswegen ist es wichtig, die wahre Bedeutung des Wortes Liebe zu kennen. Denn wenn der Mensch begreift, was wahre Liebe ist, dann beginnt er meistens damit, sein Leben so zu verändern, dass er die Liebe in diese Welt tragen kann.